das lächeln der mona lisa ich kann den blick nicht von der wenden denn über deinem mann vom dienst hängst du mit sanft verschränkten händen und grinst du bist berühmt wie jener turm von pisa dein lächeln gilt für ironie ja warum lacht die mona lisa lacht sie über uns wegen uns trotz uns mit uns gegen uns oder wie du lehrst uns still was zu geschehen hat weil uns dein bildnis lieschen zeigt wer viel von dieser welt gesehen hat der lächelt legt die hände auf den bauch und schweigt das lächeln der mona lisa wir befinden uns im louvre und da schaut jemand auf das berühmteste bild der welt die mona lisa von leonardo da vinci er bemerkt an sich ich kann den blick nicht von der wenden denn über deinem mann vom dienst dem museumswärter hängst du mit sanft verschränkten händen und grinst das ist norddeutsch für grinsen nun ist das besondere an dem lächeln der mona lisa daß es eben kein grinsen ist dafür ist dieses lächeln berühmt daß es kaum wahrnehmbar ist und gerade deswegen diesem porträt diese unwiderstehliche lebendigkeit gibt als wenn da eine frau diszipliniert modell sitzen will aber die sympathie für denjenigen der sie malt oder betrachtet nicht ganz verbergen kann ein effekt der über die form und stellung des mundes hinaus wohl auch auf der sfumato technik beruht die das ende der mundwinkel im ungewissen lässt du bist berühmt wie jener turm von pisa nämlich der schiefe dein lächeln gilt für ironie für ironie spräche immerhin daß im frauenporträt der renaissance gewöhnlich kein lächeln vorkommt und der finstere ernst mit dem die hochverehrten damen sich präsentieren von leonardo ein wenig aufs korn genommen wird indem er das lächeln vor allem im auge des betrachters entstehen lässt noch verhaltener und deshalb vielleicht noch wirkungsvoller können wir diesen effekt meiner meinung nach an der frau mit dem schleier von raphael sehen die hier porträtierte frau war offenbar raphaels geliebte und ihr gesicht verewigt er auch als das von der sextinischen madonna im porträt ist das lächeln noch weniger wahrnehmbar als das der mona lisa und vor allem ist ihre blickrichtung unklar mit ihrem linken auge schaut sie eindeutig unter dem blick des betrachters hindurch mit dem rechten schaut sie ihn fast direkt an mir geht es so daß ich mich immer ganz verhalten angelächelt sehe wenn ich ihr in das rechte auge schaue und das lächeln sofort verschwindet wenn sich der blick von diesem auge löst tucholsky geht es aber nicht um kunst also nicht darum wie das lächeln malerisch zustande kommt sondern ja warum lacht die mona lisa lacht sie über uns wegen uns trotz uns mit uns gegen uns oder wie wer ist uns wohl die menschheit als ganzes denn du lehrst uns still was zu geschehen hat weil uns dein bildnis lieschen zeigt wer viel von dieser welt gesehen hat der lächelt legt die hände auf den bauch und schweigt die mona lisa ist also nur ausgangspunkt um hoffnungslosigkeit gegenüber der menschheit zum ausdruck zu bringen man kann nur hoffnungslos über die dummheit und brutalität des menschen lächeln und schweigen wenn man daran nicht verzweifeln will die mona lisa wird satirisch und sarkastisch umgedeutet um jemanden zu haben mit dem man seine verzweiflung über die menschheit teilen kann das gibt es k phenomenal ist das gibt es keinen das gibt es keinen das gibt es keinen das gibt es keinen du das gibt esPCR mit d Untertitelung des ZDF, 2020